Özil schießt, völlig korrekt den Treffer zu geben, denn Kroos greift nicht ein, hält sich zurück, nimmt da nicht entscheidend Einfluss, der irritiert da hinten niemanden mehr, das ist kein Abseits, das ist einfach nur wunderschön, das 4 zu 0 und für Mesut Özil einen Tag nach seinem 24. Geburtstag im 4.